Ihr Lieben, es heißt durchatmen und vielleicht spürst du das auch so, dass die ersten zwei, drei Wochen im Jänner ziemlich intensiv waren und diese Lamat-Welle vom 21. Jänner bis zum 2.2. in 2023 für dich jetzt einfach eine gute Abrundung sein können und dürfen. Und sei es für Visionen, die du vielleicht in der vorangegangenen Welle mit Mähendem Blauen Adler für dich ein bisschen genauer durchdenken konntest und vielleicht auch den einen oder anderen wichtigen Anruf führen konntest, so wie ich, oder eben auch das eine oder andere Gespräch, erste Aktionen setzen konntest. Für das, was 2023 dir noch bringen darf. Und Lamat, die gelbe Sternwelle, sie steht für Kraft, Harmonie und Schönheit. Und endet wirklich so diesen 260-Tage-Zyklus, den es im Mayer-Kalender gibt. Also kannst du das auch so ein bisschen werten als ein Abrunden hinein in eine neue Zeitqualität. Und auch aus der Astrologie, wenn du das verfolgst, weißt du vielleicht, dass eben einerseits der Neumond diese Lamat-Welle einleitet, auch astrologisch gesehen hier gewisse Energien wirken, wo wieder eine gewisse Geschwindigkeit losgehen darf. Das, was ich vorher gemeint habe, dass es fast ein bisschen aus meiner Sicht wie in gut österreichisch, sagen wir, C-Zach begonnen hat, ist jetzt so eine neue Qualität möglich. Und auch diese Lamat-Welle hat nur einen Portaltag, und zwar am 2. Februar, also am letzten Tag mit der Welle. Und an und für sich ist immer auch so der letzte Tag der Welle ein Tag, wo man so ein bisschen durchatmen kann. Und das können wir jetzt auch gleich machen. Durchatmen ist eigentlich eine gute Sache. Ich hoffe, du hast jetzt auch geatmet und kannst dich freuen über diese Möglichkeit, Harmonie und Schönheit einmal mehr spürbar zu haben, auch deine eigene Harmonie und Schönheit in dir zu spüren und dadurch auch so dein eigenes Licht wie ein bisschen heller drehen zu können. Das ist die Möglichkeit. Und all das, was in dir ist, gilt es einmal mehr zu würdigen, anzuerkennen, zu leben, dich selbst zu bejahen, dich wertzuschätzen in dem, was du kannst, was du schon auch geleistet hast. So dieser Rückblick, wenn ich sage, es ist so dieser Abschluss eines 260-Tage-Zyklus im Mayer-Kalenders, ist es ja auch immer wieder eine Möglichkeit, sich hinzusetzen und mal nachzuspüren, was ist eigentlich alles gemacht worden, erlebt worden, gespürt worden im vergangenen Jahr. Also wage gerne auch nochmal so diesen Rückblick, anerkenne das, was wirklich auch in einem Jahr alles möglich ist und gemacht wird. Also ich habe auch eine Zeit lang ein Erfolgstagebuch geführt und so wöchentlich mit meinem Partner mich zusammengesetzt, um zu besprechen, was haben wir jetzt eigentlich gut gemacht, was haben wir geleistet, was haben wir geschafft. Und da waren auch so Dinge wie, ich habe einen Arzttermin jetzt endlich vereinbart, juhu, oder ja, keine Ahnung. Ich hoffe, ihr habt alle schon die Vignette in Österreich dieses Jahr, das wäre jetzt zum Beispiel etwas, was man dann auch schon feiern kann. Einfach so die kleinen Dinge, die man macht und tut und checkt, ist einfach genial. Und so wie ich zum Beispiel bei meinen NIA-Kursen, die jetzt in der letzten Woche gestartet haben, in der Kalenderwoche 3, in meinen Getanzte-Lebensfreude-Kursen, die es übrigens auch donnerstags um 18 Uhr im Online-Format im Zoom-Raum gibt, habe ich eben auch so den Fokus auf dieses Tanzen als ein spürbar gutes Gehen gelenkt, um einfach auch so diese Absicht zu unterstützen, dass wir bewusster sind in dem, wie viel wir uns eigentlich in unserem Leben bewegen. Denn wenn Leute zu mir kommen und sagen, ich bewege mich fast gar nicht, sage ich, wow, unglaublich, wie bist du jetzt da zu mir überhaupt in den Kurs gekommen? Du bist ja scheinbar doch irgendwie aus dem Bett gekommen, ins Badezimmer, hast du dich fertig gemacht, wow, großartig. Also es ist viel Bewegung, die stattfindet und wiederum, wenn sie nicht bewusst ist, ist es wie etwas, was wir nicht würdigen und nicht anerkennen und schätzen und damit auch unseren Körper, unsere Körperin möglicherweise zu wenig würdigen und anerkennen für das, was eben auch durch unseren Körper möglich ist. Und vor allem ist es eben, wie ich immer wieder gerne sage und auch in meinem Buch ganz bewusst wiederholend schreibe, unser Körper ist unser Spür-, Fühl- und Handlungsinstrument. Und das, was uns zum Leuchten bringt und wo wir uns würdigen anerkennen in dem, was wir tun, lässt wirklich so eine Schönheit auch zum Strahlen bringen. Das ist dann, wo man vielleicht manchmal auch dieses Wort Charisma, wo du das kennst, dass jemand so eine Ausstrahlung hat. Und die Ausstrahlung ist dann viel wesentlicher und zentraler, als es vielleicht so diese klassischen definierten Schönheitsideale sind, die uns irgendwie vorgekauft werden oder die wir möglicherweise noch immer zu sehr abkaufen oder lange Zeit abgekauft haben und daraus vielleicht eine Gewohnheit gemacht haben, zu glauben, dass das oder das eben schön ist. Und die wahrhaftige Schönheit entsteht eben in deinem Ausstrahlen, indem du dein Licht erstrahlen lässt, indem du dich selber anerkennst, dich bewusst wahrnimmst, bewusster wahrnimmst. Und das ist ja auch, wenn ich dann im Tanz, also Tanz ist ja nicht nur wortwörtlich in meinem Fall gemeint, wenn ich mit Leuten arbeite, sondern auch im übertragenen Sinne. Es ist egal, wie etwas letztlich aussieht, also das betone ich immer wieder gerne, sondern dieses, dass es sich gut anspürt, dass es sich gut anfühlt, dass du dich wohlfühlst in dem, was du Gott machst und tust, eben auch diese Qualität des Weiblichen in dieses Männliche bringst, weil weiblich ist dieses Fühlen und Spüren und es ist eben sehr viel verloren gegangen in unserer Welt und nicht nur bei Frauen ist es ein Thema, das die vielleicht zu sehr herumhetzen. Es gilt natürlich auch für Männer, dieses Fühlen und Spüren, diese Qualität da reinzubringen und dadurch so einen Ausgleich zu schaffen, eine Balance und wiederum eben Lamar steht für die Kraft der Harmonie. Das ist so die zentrale Möglichkeit, die dir da jetzt einfach einmal mehr zur Verfügung steht und da kann ich dir einfach nur einladen. Es ist einfach dann kein, wir wollen uns präsentieren, ich muss mich anstrengen, dass ich gut ausschaue, sondern es ist wirklich diese Möglichkeit, einfach sicher zu sein in dem, wer du bist, was du tust, dass du dir selber anerkennst, dass du das gut kannst, gut tust und aus dem heraus wird es automatisch einfach auch schöner. Und vielleicht ist es auch eine gute Zeit, da die eine oder andere Idee, die du vielleicht ein bisschen gebrütet hast in den letzten zwei Wochen in der Mähenwelle auch mal zu präsentieren und mit jemandem in Kontakt zu gehen, da sicher zu sein, dass das, was du so in deinen Gedanken gehabt hast und vielleicht auch niedergeschrieben hast, schreiben ist ja Manifestationskraft schon auch ganz stark. Also das ist, ihr wisst, die, was das länger hören, meine Audios, ich bin eine absolute Freundin des Schreibens, des Freischreibens und ja, das ist die eine Sache und dann, wenn man es ausspricht, mit jemandem teilt, dann wird es einfach nochmal kraftvoller und desto sicherer du dir bist in deinem Aussprechen, in dem, was du da auch für dich ins Leben holen magst, umso kraftvoller wirkt es auf den anderen und dann geht es nicht mehr darum, irgendwas zu verteidigen, was auch immer, weil es gar nicht mehr notwendig ist, weil es einfach so eine Resonanz gibt, auch im anderen, wo man einfach spürt, ja, dieser Mensch meint das wirklich so und demgemäß ist natürlich wundervoll auch so ein Resonanzfeld, ein stark aufbauendes Resonanzfeld möglich, dass so deine Wünsche und Träume sich einmal mehr auch wirklich umsetzen können, weil du sowas wie eine Glücksresonanz, was übrigens finde ich ein total schönes Wort ist, Glücksresonanz, ich sage es gerne nochmal, Glücksresonanz, ich finde es ja voll schön, also, dass das wirklich etwas ist, was dir da dienlich ist und dienlich sein kann und, ja, diese Möglichkeit ist mit Lamat einfach einmal mehr gegeben und, ja, diese Zeit ist da, dass du einmal mehr strahlst, deine innere Harmonie wirklich auch näherst, dein männlich-weiblich auch ausgleichst, das ist eben so, wenn man sagt Harmonie, das hat ganz viel mit männlich-weiblich zu tun und es geht ganz viel um diese Würdigung, Wertschätzung deiner selbst anzuerkennen, dass du ein Geschenk bist für diese Welt, für dich, für deine Umgebung und deine Gabentalente, Fähigkeiten, was auch immer du da einmal mehr an dir entdecken konntest, auch jetzt einmal mehr in die Welt getragen werden darf, präsentiert werden darf und natürlich kannst du jetzt auch so ein bisschen nachspüren, ja, wie ist denn das jetzt bei mir, was ist denn der Status, was ist der Start, wo stehst du gerade und ich sage immer gerne, in dem Moment, wo du weißt, wo du stehst und es kann vielleicht auch unangenehm sein, ist es trotzdem die Voraussetzung dafür, dass du dort hinkommen kannst, wo du auch hin möchtest, denn wie auch beim Navigationsgerät ist es eine Routenberechnung, immer nur dann möglich, wenn du auch eingibst, wo du denn stehst. Ja, in dem Sinn, wie gewohnt, gerne wieder ein paar Fragen für dich, die du bis zum 2.2. immer wieder mal, ja, auch mit dieser Audio aktivieren kannst, weil Fragen, sobald du Fragen stellst, die Antworten kommen und finden zu dir und das ist die Einladung auch in den folgenden paar Minuten. Wie kann ich meine in mir innewohnende Schönheit noch besser annehmen? Was lässt mich einmal mehr wirklich auch schön fühlen? Wie kann ich meine selbstbejahende, selbstwertschätzende Grundhaltung einmal mehr bestärken? Wie kann ich Balance finden, Harmonie in meinem Leben finden? Was braucht es, um in einem guten Gleichgewicht mit mir und mit meiner Umgebung sein zu können? Welche Gaben, Fähigkeiten und Talente möchten einmal mehr gelebt werden? Wofür kann ich mich gerade jetzt, wo ich diese Frage höre, würdigen? Und ob es jetzt Dinge sind, die du erledigen konntest, Aufgaben, die du abhaken kannst, was immer irgendwie an Abschlüssen ansteht. Es ist gerade eine wunderbare Zeitqualität dafür, dass es unter einem sozusagen guten Stern steht. Und genau das wünsche ich dir, diesen Mut, in diese kraftvolle Umsetzung, Abschließung zu kommen, dass sozusagen jeweils die nächsten Schritte gegangen werden können, nehme ich vom Denken, ins Sprechen, ins Tun, ins Lieben. In dem Sinne, hab eine wunderschöne Lamatwelle. Mit lieben Grüßen von Theresia, der Abandonzer. Mit lieben Grüßen von Theresia, der Abandonzer, 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 der Ab Vielen Dank.